Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Team Fortress 2, heute mit Kati. Hallo. Heute könnt ihr alle Kati auf den Hintern gucken, denn wir spielen Medic und sie spielt Heavy. Yay, auf meinen dicken, fetten, fleischbepackten Hintern. Da gehen ordentlich Träume in Erfüllung heute von den Abonnenten. Wow, wir haben die erste Runde schon gewonnen. Gewonnen. Ja, für mich nicht. Ich bin den Anblick ja gewohnt. Ja, kaum bin ich hier drin, ist halt schon Win. Schon haben wir gewonnen. Ihr habt die Prost, sagt Phil. Ja, Phil ist bisher echt in jeder Aufnahme dabei gewesen. Du kleiner Fanboy, du. Der Schlingel hat sich hier wieder reingeschlichen. Fanboy, Fanboy. So, vielleicht kann ich diesmal auch einen Charge ansetzen, weil letztes Mal die Vorbereitung ja schon komplett abgelaufen war. So, Captain Rhenius, den kennt man doch auch, oder? Ne, doch nicht. Mit dabei heute Phil, Darkseid, Shin, aka Alex, Woodsnoops, DragonTC, NextBagda, Simbai, Albatross und wir beiden hübschen. Yay, wir hübschen. Ich habe eine neue... Ne, doch, oder? Habe ich gerade meine neue Frisur eigentlich? Ähm, ja. Sieht sehr platt gedrückt aus irgendwie. Genau, neue Haare, neues Outfit. Aber du bist so stylisch, Mensch. Mal schauen, wer jetzt errät, von welchem Spiel ich dieses Outfit habe. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall die Überladung diesmal wieder. Pass auf, da sind ziemlich viele Min. Ja. Ich habe es gemerkt. Vorsicht. Ja. Oh, what the... Ja. Egal, ich habe dich. Jetzt kannst du dich an dem da rächen, wer auch immer das ist. Wer war es? Keine Ahnung. Vorsicht, ich habe keine Ahnung. Oben steht eine Sentry. Pass auf, pass auf, das wärst du... Wow, nicht überleben. Ja, nicht überleben. Oben steht eine Sentry. Loki. Loki. Loki und Morki. Ja, ruf nach dem Medic, renn an mir vorbei, Albatross. Nur weil er so ein Scout ist und so verdammt schnell. Aber wir haben schon wieder den ersten Kontrollpunkt eingenommen, das geht echt zügig irgendwie. Ich glaube, die Sentrys sind trotzdem noch am Start, wenn ich das richtig höre. Ja, sind sie. Mach was dagegen. Ja, ausgehebelt. So, Vorsicht, laufe mal hier hinten lang. Jupp. Alles easy. Okay. So, da ist jemand mehr hinter dir. Loki ist kein Spion. Er sah so spionasehäfer aus. Yeah, sag's noch ein bisschen schwuler, bitte. Geht nicht. Das ist das Schwulste, was ich hier bringen kann. Okay. So, mal schnell Albatross heilen. Vorsicht. Vorsicht. In den Rücken, Mensch. Pass auf, das ist ein Spion. Ja, danke. Ich hab's gerade gemerkt. Ich konnte mich aber noch davonschleichen irgendwie. iPop oder so, oder Illpop oder Lilpop oder wie auch immer. Lollipop. Lollipop. Lollipop King. Also, ich hab ein Charge ready, bloß das Problem ist, ich werde jetzt, glaube ich, gejagt, weil ich jemanden gerade mit der Säge geboxt habe. Ja. Da bin ich wieder. Hi. Ja, toll. Ich hab schon wieder mein... Wieso gehen wir denn so schnell? Irgendwie geht das ziemlich fix, oder? Ja. Ich mach hier noch gar nicht richtig was. Ey, sonst sind wir immer in den Top 3. What the fuck? Was geht hier ab? Wir sind scheiße, wenn wir aufnehmen. Das ist doch irgendwie, ne? Ganz ehrlich, wir sind scheiße, wenn wir aufnehmen. Heute ist nicht mein Tag, sagt Phil. Ja, das hatte ich aber heute Morgen auch. Da war ich ziemlich schlecht, als ich den Moment gezockt habe. Naja, die Stats gehen. Einmal gestorben. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Aber wir könnten hier mal wieder alles vollsprayen, wenn man schon dabei ist. Wieso haben wir so viele Medics? Keine Ahnung. Drei Medics, was haben wir denn damit? Deswegen gewinnen wir wahrscheinlich einfach immer, weil wir nur mit Über-Rein-Rennen. Yay. Das ist aber hübsch, guck mal. Das ändert sich. Je nachdem, ob du näher oder weiter weg gehst. Das ist ja cool. Nee, das ändert sich einfach mit der Zeit, oder? Das stimmt, hä? Nee, je nachdem, ob du weiter weg gehst, da ging es cool. Das ist ja lustig. Cool. Der ist ja voll cool. Vorsicht, die haben mir Minen gelegt vor die Türe. Ja, die haben bestimmt auch den einen oder anderen Sniper. Ja. Also von mir aus können wir nach vorne. Ja. Hinter uns ist irgendjemand Krankes. Ja, genau der. Der hat mir richtig damage reingerotzt. Vorsicht. Oben ist ein Spy drin. Oh, Vorsicht. Weg, 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 weg. Warte, warte, warte. Nein. Ich wollte ihn doch töten. Film. Der war unbesiegbar. Jena, der wurde aber wieder besiegbar. Okay. Das habe ich dann nicht mehr gesehen, scheinbar. Du hast mich einfach in den Stich gelassen. Du hast mich in den Stich gelassen. Und ich bin gestorben. Nein, das war taktischer Rückzug. Nein, war es nicht. Du hast mich im Stich gelassen. Bei Point and Shot, trade. Ne, ich trade dich aber nicht. Vorsicht. So, ich heile Loki mal eben schnell. Der sieht mir auch ziemlich abgewichst aus gerade. So, der erste Control Point ist damit auch schon wieder frei, wa? Sieht so aus, ja. Und gehört uns. Oh mein Gott, ey. Das ist ja echt hier gerade ziemlich easy alles. Vorsicht, Sentry. Ja. Sniper da unten. Wow. Ja, da haben die aber irgendwo einen Teleporter. Einfach mal auf Hurtdach hier hochgehen. Ja, da ist... Vorsicht, ein Sniper hinten. Beweg dich. Los, beweg dich. Schwing deinen sexy Arsch hier durch die Gegend. Hab deinen Spaß, bevor es zu spät ist. Zwei. Irgendwo. Ja. Mollen wir unten durchgehen, oder? Ja. Ab mit uns. Oh, ich habe nur noch 24 Schuss. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist ein bisschen wenig. Äh, jetzt hast du noch weniger. Jetzt hast du noch 17. Da war was. Es hat mich angegriffen. Es hat mich so angegrinst. Wieso sind denn hier so viele... Ja, was machen wir denn jetzt, so, wenn wir jetzt da hochgehen, kriegen wir den Punkt ja schon wieder gleich eingenommen. Ja, das ist doch nicht normal. Ja, das war jetzt. Okay, also... Ich weiß ja nicht, aber irgendwie, äh... Merkwürdig. Oh, Fischi ist auch am Start. Irgendwer chattet mich an. Ich nicht. Ah, jetzt sind wir Verteidiger. Ich schreibe jetzt einfach, einfach nach, join. Join einfach. Was Phil... Phil sagt, die haben immer Crits. Ja, wir sind ja auch sexy, Mensch. Mir ist das noch nie aufgefallen, dass irgendjemand von uns immer nur Crits hat. Ich auch nicht. Der Demo. Welcher Demo? Der Demo da. Hast du jetzt blonde Haare? Äh, ja, weil wir im anderen Team sind. Du bist ja voll hässlich. Wer ist denn das? Hä? Also, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass irgendjemand nur Kritische macht, aber... Mir auch nicht, aber... Kannst du auch ruhig ein bisschen näher rangehen. Wir haben ja noch den Charge ready. Nein, ich hab Angst. Okay. Wow. Domination. Los. Geh da vor. Oh. 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 Dass die sich trotzdem noch da hoch trauen. Total dämlich. Ja, ist ein bisschen doof, oder? Ja. Total doof. Pass auf, Charge ist weg. Ja. Oh, jetzt hat sie aber auch... Wow, jetzt haben sie mich aber gerade richtig... ...maß genommen. Hast du das Sandwich zufällig ausgerüstet? Ich bin tot, oder? Ähm, ja. Hatte ich, ähm, eben kurz, ähm, tut mir leid. Oh, Drago TC hat mich gekillt. Vielen lieben Dank dafür. Unser D-Moment. Ich werde den jetzt immer mal ein bisschen anschauen. Ist das doch der Aiming at me, Grants you? Ja, aber der hat nicht nur Kritz. Also, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, hat der normal rausgehauen. Okay. Wer ist dat? Meinst du das ein Spion? Ja. Das ist bestimmt ein Spion. Ja. Meinst du das ein Spion? Ja. Umgebracht. Ja, okay, was? Vorsicht hinter uns. Schon wieder? Ja. Stirb! Alter, komm! Warum verrecken wir denn nicht? Sturm, oder was? Da oben, der Typ. Ja, ich hab ihn gesehen. Ah, ist tot. Okay. Jetzt ist Madrig ja doch wieder drin. Dann hat Madrig eben nicht noch geschrieben, er muss weg. Bin wieder da. Sehr gut. Vorsicht, nehmen wir uns. Welcome back, Madrig. Eben sogar, yay, ich hab dich mal endlich gekillt. Joa, schöne Sache. Jetzt sind die Game-Brüder wieder vereint, kann man an dieser Stelle ja mal sagen. Oh yeah. Komm, wir machen mal ein bisschen Werbung. Die Game-Brüder, hinter dir ist ein Spion, wie du gemerkt hast. Ähm, ja, ich hab's da gerade mitbekommen. Ich wollte aber auch völlig Kamikaze da einfach rein und sie alle umbringen. Übrigens, du hast da was. Am Arsch zu kleben. Oh, wir sind voll schlecht. Ich bin so schlecht. Schlecht. Na, es geht. Ich bin immerhin noch gerade so Zweiter. Mit Mühe und Not. Ja, ich will ja jetzt nicht Angst haben. Äh, das da oben ist ein Spion. Ich weiß. Ja, ich weiß. Das war Phil, ich weiß. Phil, der Noob. Nein, Quatsch. Das ist auch ein Spion. Ah, Phil guckt das Video bestimmt nicht. Aber das ist unser. Da ist nochmal Phil. Da ist nochmal Phil. Schnapp ihn dir. Schnapp sie dir alle. Ja. Geil. Einfach mal die Säge. Ihm ein bisschen aus der Nähe gezeigt. Ey, ich will. Warte mal, warte da. Ich mach dir das Tor auf. Oh, wie nett. Oh Gott, hier ist ein Gegner. Oh Gott, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh Gott, 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 komm, 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 komm. Scheiße, Albatross-Mars. Oh Gott, ich seh nur noch, da kommt auf einmal der dicke Soldier an. Dachte ich mir auch nur noch so, okay. Ist gut, ey. Oh, scheiße. Kranz ist schon wieder am Punkteabstauben. Ja, geht. Eigentlich gar nicht mal so. Ja, also, ähm, darf ich jetzt mal zu Ende reden? Hier, wir müssen jetzt mal angeben, weil wir sind nämlich voll gut als Team in meinem Team Fortress. Außer jetzt, wenn wir aufnehmen. Ja, eigentlich schon, aber. Wir sind dann immer voll kacke. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist immer so. Ich glaub, ich mach jetzt full concentration und scheiß auf euch alle, außer auf Patrick. Und also, ciao, haut da rein. Ich bin jetzt hier voll konzentriert. Boah, aua, irgendjemand hat mich getroffen. Das bist nicht du. Doch. Doch, das bist du. Da oben ist aber noch ein Scout. Ja, da oben ist noch ein Scout. Ich weiß, guck mal, da ist ein... Nein, ich wollte es nur testen. Da ist ein Böser. Die nehmen den Punkt gleich ein. Oh, oh, Vorsicht, hinten. Oh, oh. Oh, irgendjemand versucht da zu snipen. Ey, der trifft ja gar nichts. Five minutes left in the mission. Five minutes left in the mission. Ja, wie sie... Wie die wieder abgeht. Five minutes left. Da ist ein Spion. Das ist bestimmt wieder Phil. Vorsicht, Musiker. Oh, da drüben ist wieder der Sniper. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich hab fast den Schadenschmer. Wehe, ich sterbe jetzt. Wehe, du stets jetzt. Ich wurde von aller Seite ange... Oh, süß, der hat einen Pony. Der hat einen Luftballon-Pony hinter sich. Ich will auch einen Luftballon-Pony. Und ich will meinen dicken Harry. Du bist da. Ich bin nicht dick. Du hast nur schwere Knochen. Ich bin wohl proportioniert. Da. Da hinter dir. Das ist wieder Phil. Da ist Phil hinter uns. Woher weinst du das? Ja, weil Phil einfach auf uns wartet die ganze Zeit, hab ich das Gefühl. Charge is ready übrigens. Radda, 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 Radda. Oh, der ist ja schon tot, Mensch. Ähm. Wollen wir irgendwie hinten rumgehen oder so? Dann lass uns hier. Okay. Vorsicht. Das ist... Matrix ist auch ein Healer, okay. Ich trau Matrix nicht. Er ist mit Phil verschworen. Ja. Ich wette, die sprechen sich ab. Da oben ist übrigens ein Demoman gewesen. Hinter uns. Oder hinter uns. Wie auch immer. Schnapp ihn dir. Nein, jetzt hab ich das nicht mitgekriegt. Komm, schnapp sie dir. Pokémon. Hey, wir sind zufrieden. Irgendwo ist hier was. Da, hinter... Nee, das ist aber unser. Okay, das war er. Ich hab mich voll erschrocken gerade. Was will der denn hinter dir? Ich guck die ganze Zeit, hä? Der wollte nur kuscheln. Verschwörst. So, lass uns... Vorsicht. Boah. Alter. Wow, pass auf, Albatross kommt von anderen. Wieso sind denn hier so viele? Ja, weil wir hier fast an deren Spawn sind. Achso, na dann. Ah, guck mal, ich mach sie alle voll fertig mit 61 Leben hier. Ja, ich bin tot. Ich bin sehr schlatscht nicht. Ja, kein Problem. Du kannst doch das Sandwich fratzen. Ich weiß. Das esse ich jetzt auch. Nom, 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 nom. Ich glaube, die kommen gleich übrigens hinter dir noch neu raus. Oh, du bist gleich hinter mir. Das ist aber schön. So, I'm on my way. Bist du noch dort? Ja, ha, aber auch nicht mehr lange. Jetzt nicht mehr. Nein, genau jetzt, wo ich da bin, oder was? Okay, ich renne wieder weg. Oh ja, ich sehe gerade hinter mir kommt. Ja, ein paar viele kamen da auf einmal. Bestimmt ist Phil hier wieder irgendwo. Wartet auf gefundenes Fressen in Form von Kati oder mir. Ja, komisch. Also, Man vs. Machine hat wesentlich schlechter aufgenommen. Ja, wer weiß. Vielleicht sind die Dinger einfach nicht dafür ausgelegt. Ich weiß es auch nicht. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Oh, Drago TC. Erstmal heilen. Da ist wieder ein Spion. Wo bist du eigentlich? Wo bist du? Okay, warte. Und wo bist du? Ich komme. Oh, schön. Ich bin gekommen. Ah, schön. Es war toll. Freut mich doch. In meiner Gegenwart ist das immer gut. Und das nur durch die Stimme. Kannst mal sehen. Na, was war das denn? Ach, Fischi da drüben. Fischi, du kleines, böses Fischi. Etwas. Du kleines, böses Fischi. Oh, jetzt ärgern sie unsere Leute aber gerade. Oh ja, wir müssen uns verteidigen. Komm, wir machen jetzt, wir schalten jetzt. Ich glaube, Patrick ist da Zeit, dass wir in den Pro-Gamer-Modus schalten. In den Game-Modus schalten, ja. Also, ich glaube, wir haben euch jetzt lang genug hier so die netten Seiten von uns gezeigt. Wir sind halt auch sehr nett. Ne, und dementsprechend dachten wir, okay. Aber jetzt kommen die Pro-Gamer-Seiten. Lebst du noch? Ah, nee. Jetzt ist er auf den Spy. Das ist doch wieder Phil. Irgendwo war hier ein Spy. Ah, Phil als Spion habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, auch noch nicht. Das erste Mal. Okay. Da ist ein Spy. Warum? Entweder die sind abgehärtet oder meine Schüsse sind inzwischen so lame. Das, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich glaube, weg. Wow, der hat mich noch erwischt. Aber ich werde geheilt von irgendwem, aber ich weiß nicht von wem. Und der will, dass ich ihn heile. Na, okay, ich bin ja immer nicht so. Pass auf, da ist ein Sniper. Ja, ja, ja. Ich habe nur den blauen Punkt an deinem Kopf gesehen. Blau-Apo, blau-Apo. Also, Charge ist gleich ready. Ja. Warte, dann lass erst mal hier lang. I'm charged. Los, lauf, dann können wir die noch mal killen, weil gleich ist die Runde eh gewonnen. Yay, metzel dich durch. Yay, wir sind da. Woohoo. 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 Wir sind so awesome. Aber war nicht gerade unbedingt so schwer, ne? Diesmal bei Runden. War auch nicht gerade unser bestes Game, aber... Nö, das stimmt. Wir können es einfach noch mal probieren. Jo, wir nerven euch einfach weiter, ist ja kein Problem noch. Das sind sie ja gewohnt. Ich mache, dass wir nerven uns, sind sie gewohnt. Das klingt ein bisschen böse.